DW Deutsch lernen Deutsch-Trainer Entschuldigung, kannst du mir helfen? Entschuldigung, kannst du mir helfen? Ich habe eine Frage. Ja, natürlich. Vielen Dank. Entschuldigung, wo das ist? Nein, leider nicht. Ich spreche kein Deutsch. Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das? Wie bitte? Können Sie das wiederholen, bitte? Können Sie bitte langsamer sprechen? Entschuldigung, sprechen Sie Englisch? Entschuldigung, wo ist die Information? DW Deutsch lernen Deutsch-Trainer Mehr auf dw.com slash Deutsch-Trainer WDR 2 Untertitelung des ZDF, 2020